Das internationale Duo Penelope Spencer und Andreas Guras präsentiert Johann Sebastian Bachs Violinsonaten mit einer leidenschaftlichen Imaginationskraft, die in über 30 Jahren Erfahrung der Interpretation von Bach vor einem weltweiten Publikum entstanden ist. Die Geige war ein besonderes Instrument für Bach. Seine berühmte Chacon für Solo-Violine hat er vermutlich als musikalisches Epitaph für seine gestorbene Frau geschrieben. Während ihrer langjährigen künstlerischen Auseinandersetzung mit Bach und vor allem mit den Bach-Kantaten, entstand bei Penelope Spencer die Überzeugung, dass auch in den sechs obligaten Violinsonaten besondere Symbole und verborgene Bedeutungen enthalten sind. Parallelen und thematische Gleichnisse zwischen diesen Sonaten und bestimmten Kantaten weisen auf eine ganz faszinierende Interpretation hin. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Penelope Spencer und Andreas Guras laden Sie herzlich ein, mit Ihnen durch diesen besonderen Zyklus zu reisen und den großartigen Reichtum an sowohl sakralen als auch säkulären Empfindungen mitzuerleben. Freude, Trauer, Hoffnung, Kontemplation, Stille und Jubel wechseln sich ab und machen diese leider selten zu hörenden Werke zu einem der schönsten Konzerterlebnisse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020